ja nun zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu command and conquer der tibirium konflikt remastered edition auf seiten der not ganz genau diese vorletzte mission würde ich mal sagen gehen wir das mal weiter hier an der typ der geht hier noch sammeln wir können den aber ich sobald er da fertig ist können wir den ausbluten lassen ja willkommen zurück es geht wirklich auf die zielgerade bei der kampagne der not also bei der standard kampagne und dann gehen wir das mal weiter hier freut mich dass du mal wieder hier eingeschaltet habt bei command and conquer remastered und ja wie wir jetzt hier hoffentlich 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 ja und so habe ich auf baum und dann hier einfach überrollen ich meine das ist ja ach so das war okay moment mal ich habe eine andere idee ich kann mir vielleicht sogar das hier klauen das tibirium fällt da so gut oder so ich mir zuerst einen dritten sammler bauen das könnte schneller gehen das könnte schneller gehen wenn ich jetzt noch dritten sammler hole erst nervt mich ein bisschen dass die kohle beschaffung hier so langsam ist so 1400 ist schon habe ich 1400 ist schon habe ich wartet mal raffinerie raffinerie das ist nämlich besser eine raffinerie zu bauen und die alte hier zu verticken aber da kann ich nämlich direkt hier oben so was hat was ist denn jetzt hier los hallo was kommt jetzt mit dem mammut hier raus die raffinerie steht ein bisschen näher dran das auch schon mal gut und da würde ich sagen brauche ich einfach nur gummipanzer ich brauche einfach nur gummipanzer so die kosten nämlich nur nur 600 haben aber stark gegen fahrzeuge und gebäude kann infanterie überfahren starke ach guck mal hier steht sogar eine beschreibung drin gut dass ich die auch mal lese nach keine ahnung wie vielen folgen kann infanterie überfahren das war es dann mit dem flammenpanzer der sammer ist hier rausgefahren okay das war es dann mit dem flammenpanzer toll gut dann mach mal selbstmord stark gegen lufteinheiten und gebäude der hier stark gegen lufteinheiten gebäude unsichtbar solange er nicht schießt kann infanterie überfahren stark gegen infanterie und gebäude ja stark gegen gebäude so wisst ihr was leute der sammler wenn er jetzt wieder hier rauskommt dann werde ich den aber platt machen ach leute warte doch mal hier jetzt fahr da rein so meine güte immer diese komische arbeitsteilung hier bei den sammlern so jetzt macht den platt los macht den platt macht den platt den penner so so viel schaden machen die gar nicht ne so jetzt kannst du mal bitte da rein fahren so so viel schaden machen die gar nicht die gummi panzer an dem sammler aber gut so so und weg sehr gut so dann weitermachen los der eine sammler ist nämlich platt von ihm weißt du was überfahr den grenadier so ach dieser blöde mammut ey so jetzt überfahr den doch einfach das kann nicht so schwer sein leute so so dann hier auch wieder das menneke bitte überfahren alter gut weißt du was sammler zieh die menneke mal bitte ins tiberium jawohl da hab ich wieder vier stück ey so bestätigt oh nein jetzt kommt er doch wieder raus verdammt ich glaube ich brauche so einen kleinen einheiten mix war mit flammen der leute erläuterung erleuchtung na gut leute leute ah gut kommt ähm ja natürlich noch ein panzer hier oh man ist doch nicht euer ernst so überfahrt dieses scheiß raketen mannequin so bis zur hölle nochmal ey wo kriegt er seine einheiten her hier so boom und hier auch wieder drüber fahren drüber fahren hab ich gesagt die sind echt dumm ne zu blöd zum arbeiten dann mach den halt platt ey weide fresse da überfahren so der soll mal so gefährlichst da drin bleiben so da hab ich jetzt drei weitere noch ja einfach nur Gummipasser so das sieht nämlich nach nicht mehr viel aus was der da hat also an verteidigung der soll mal aufhören so dreist zu sein um mir die sachen zu klauen so da kommt er wieder ähm gut dann stellt euch auf ja tschüss sehr gut dann hat er halt tschüss meine Güte ja alles klar gut ich hab noch zwei drei weitere oh mein Gott das ist schon richtig gut ja so Leute dann würde ich sagen schaffen wir auch nicht in dieser Folge die Mission ähm ja kriegen wir schon hin fahrt mal da hoch bitte so gut Leute alles klar da ist der Sammler wieder von dem ne jetzt versuch das da hinten jetzt versuch das da hinten in Ordnung ach du Sack in Ordnung du Sack wirklich so ein Penner naja gut ich glaube das meiste von dem hab ich jetzt wirklich weg das meiste das meiste habe ich wirklich weg von dem einfach weiter Gummipanzer bauen einfach weiter bauen so dann versuch das wieder mit dem Manikin ja komm äh okay ein Hubschrauber ja toll danke danke wirklich ey so dann Moment bleib mal hier und mach den Panzer im Arsch los Gummipanzer und die Gummipanzer so und auf den Sammler und auf den scheiß Sammler so ja die stärksten sind die nicht aber es sind halt Gummipanzer ne da macht es dann halt die Masse so einfach drüber fahren einfach drüber fahren hier so so los ach nein ja gegen die Hubschrauber kann ich leider nix machen Leute ich kann nicht gegen alles was machen hier so überfahrt dieses scheiß Raketenmanikin so boah alter Schwede hat der viele Einheiten ne so aber ich hab eben noch einen weiteren Sammler weggenommen na überfahrt die doch einfach und wieder weg die Einheiten ach Mensch aber so Schritt für Schritt Leute Schritt für Schritt Schwächen bei dem oh geil das war gut da hat der jetzt wieder so nen Kacksammler ey das kann doch nicht wahr sein pfff der hat noch mehr Einheiten unfassbar so wirklich ausbluten lassen kann ich den jetzt nicht ey ne so so wirklich ausbluten lassen ist nicht Leute ist wirklich nicht ey so 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 ausbluten lassen ist hier echt schwer so aber aber hingekriegt so ja dann keine Ahnung überfahrt die einfach in den in the name of Kane ja im Namen von Kane so so ach man so ach dieser dieser Kack Hubschrauber ich glaube der Hubschrauber kommt nur äh wenn eine Einheit hier über diese Brücke geht tatsächlich ja gut Leute alles klar haben wir es bald mal wie viele Sammler will der noch bauen Einheit verloren äh so gut dann weitermachen einfach weitermachen so ähm plattmachen los plattmachen plattmachen so mach die Scheiße weg und du du kannst doch bitte die überfahren hier so da kriegt der nochmal Kohle jetzt ey das ist doch unglaublich wirklich der Panzer ist wieder so blöd und ja überfahrt die doch einfach wie blöd muss man eigentlich sein Panzer so ja gut äh Luftangriff was versucht man damit jetzt sind eingetroffen uh okay auf meinen letzten Verteidigungsturm hier so dann so da versucht das wieder hier raus zu kommen jetzt nix da so drauf da so sehr schön weg mit dem Ding alter der geht mir mit seinem Manneken echt auf den Sack jawohl der will seinen Drecksmanneken aber gut haben wir geschafft so dann einfach hier drüber fahren oh Gott ist noch nicht so schwer fahrt da doch drüber so perfekt so dann können wir jetzt ja weiter bauen Perfekt Leute ich glaube ihm das schön hier vor der Nase weg die ganzen Sachen ja richtig gut so ach sehr schön Leute sehr sehr schön in Ordnung wird gebaut tja Leute äh geht's euch gut so weit mir geht's sehr gut im neuen Jahr tatsächlich übermorgen geht's mit der Arbeit weiter ähm ja was soll ich sagen muss halt sein ne und äh daher noch die letzten freien Tage quasi genießen hier und da kommt er schon wieder mit dem Sammler ich glaub's nicht so ich glaub's nicht so platt machen los platt machen irgendwann hat er keine Kohle mehr irgendwann hat er keine Kohle mehr der Penner der will es jetzt mir hier noch klauen ne so einfach drüber fahren Knochenbrecher Move so Leute dann hier einfach drüber da so los und dann hier auch noch so fahrt aber nicht äh ach ja da kommen jetzt für die scheiß Hubschrauber verdammt nochmal so ja gut na dann wunderbar so kann der jetzt bald mal ausbluten wie viel Kohle soll der noch haben das ist langsam unglaubwürdig Leute das ist wirklich langsam unglaubwürdig da kommt noch einer das gibt's nicht ey das gibt's echt nicht so ha sehr schön ja nicht erst vorbeilassen dem Sack so ja nicht erst vorbeilassen so dann zieh die Manneken raus ich ey wie viel Manneken baut der ne wie viel Sammler hab ich ihm jetzt schon weggenommen ey das ist ja wohl nicht wahr Leute fahrt doch einfach das Manneken hier platt Drecks Raketenwerfer Raxirus ey so Mensch nochmal so ey uff bitte was da hab mir alle Panzer wieder weggenommen da hab mir alle Panzer wieder weggenommen unglaublich unglaublich unfassbar so die Kohle hier unten ist weg unfassbar wirklich kann der überhaupt hier ausbluten pff ich weiß es nicht Drecks Raketenwerfer ey Mann so der hat dann noch einen noch einen Sammler so und dann hier drauf Verstärkungen sind eingetroffen ja klar natürlich ey so Leute dann ich muss dem irgendwie seinen Drecks Sammler wegnehmen hier ey und hier drauf da los drauf da drauf da so der Sammler der Sammler der hat einfach nur endlos Kohle ey das kommt mir gerade so vor ja es ist doch unglaubwürdig mittlerweile ey das ist doch mittlerweile echt unglaubwürdig so ich schau euch das an die ganzen Drecks Mannigen so und einfach drüber da los ja klar überfahrt ihn halt nicht ey Mensch so und die Raketenmanigen überfahren bitte überfahren so sehr gut so alter Schwede was ist das für eine Mission Leute ist ja wohl echt jetzt nicht wahr alter unglaublich wie viele Geldreserven der Gegner hat hier echt nicht mehr feierlich ey so hat der jetzt bald mal keine Kohle mehr ist also wirklich unglaubwürdig da ballert schon wieder einer ist ja schon wieder ein Sammler ist unglaublich dann fahr da halt drauf so was ist das jetzt hier was will jetzt der Hubschrauber mit meinem Sammler oh nee oh nee du scheiß Orca das muss ich jetzt echt wegen dem eine Flak bauen das glaube ich jetzt nicht Leute jetzt nicht wegen einem Orca eine Flak bauen kommt der wieder der kommt tatsächlich wieder ey oh mein Gott ja gut dann dann gut dann muss ich wegen dem einen Orca jetzt eine Flakstellung bauen ey och man ach man so so dann bau hier halt eine Flakstellung auf gut und bam so Mensch so ach du Scheiße was zur was zur Hölle so meine Güte ey so vertickt die wieder dann kommen die Manneken jetzt mit hier hoch alter das ist so übertrieben ey so übertrieben wie viele Manneken der baut immer noch baut schau dich das an da kommt immer mehr echt unnormal oh man ey so dann hier überfahren einfach so was war das da oben war ein Sammler von dem ne naja das war nur ein Panzer okay ich verstehe schon ja ja gut aha da ist der Sammler wieder so drauf da Mann ey so jetzt kommt da mit Jeeps er hat keine Kohle mehr für den Panzer ja sehr schön so muss das sein Leute ach nein ach meine schönen Schützen ey die hätte ich jetzt so gut gebrauchen können na gut ach Leute ihr seid doch so bescheuert ihr seid so behämmert ey kommt da mit Luftangriff wieder ja auf meinen Turm wieder ne ja gut mein letzter Verteidigungsturm ey zu blöd zum kacken ey wirklich oh man kommt schon der nächste Sammler lächerlich das geht gerade echt ins lächerliche oh zack weg damit so haben wir's bald mal der kann doch nicht Panzer oben hin los fahrt mal da oben hin der hat da echt noch ne Ladung gekriegt ey unglaublich so dann fahrt ihr mal bitte da oben hin da oben sollt ihr euch keine Probleme machen mit Hubschrauber so ganz schön unstrengt aber wollte klappen so ja die Hubschrauber die greifen nur an wenn ich über das Dings fahre über den Fluss sehr schön so da ist der Sammler kommt er wieder mit Mäniken so ha ne ok ja gut dann ach verdammt so gut dann einfach drüber hier ey so so dann hier drüber so und drauf da Mann so mach den im Arsch so sehr schön Junge wie viele Sammler soll ich hier noch weg weg mach knallen hier ey wisst ihr was zieht die einfach raus jetzt kommt er doch mit dem Hubschrauber warum das denn ja gut der hat aber nur noch einen ne ja Mensch einfach drauf da so dann schießt nicht das ganze Tibirium weg ich brauch das noch boah ey was zur Hölle so äh welchen hat er denn anvisiert ich glaube den hier oder warte kann ich den nämlich ah ne den hier ja gut ey das ist unglaublich wie viele Sammler will der noch bauen unfassbar ey so dann überfahrt die Penner so man so ja Menikum da kannst du platt machen das ist kein Ding das ist doch nicht wahr ey das ist nicht wahr ey ja das war klar okay Leute dann kommt mal bitte hier hoch ja der hat noch Kohle für zwei Panzer natürlich natürlich ach guck mal der Orca guck mal wie geil der kommt der kommt nicht zum feuern auch ich hab meinen Flak verkauft ach man okay wo ist denn jetzt die Flak da ist die Flak ach was ist so ihr Idioten nur mit Idioten okay okay das lass ich mal so das lass ich mal so Leute ich glaube ich mach hier ne XXL Folge draus das lass ich mal so weil jetzt ist er handlungsunfähig so er hat sich den Weg blockiert aha geil gut Leute dann dann mach sag ich wenn er sich da blockiert hat dann ist er selber schuld jetzt hab ich die Flak hier gebaut wieder nutzlos egal Leute komm gut dann nein ach ich hab die gerade rausgezogen verstärkungen sind geil so okay verdammt ich hab die Panzer gerade da oben weggezogen ja gut egal da ist der Orca wieder jetzt hab ich die Flak wieder verkauft ne jetzt kommt er doch wieder mit seinem Orca ach heute nein nein wie bloß weg da ja der wird jetzt wieder zurückfliegen ne ja scheiße gut egal ich lass die Flak aber gleich mal stehen ja einfach so zack genau gut dann muss ich mich einfach hier so sammeln alles klar mit weiteren Rubipanzern der ist schon wieder ein Sammler was soll das man ey das ist schon echt eine Materialschlacht hier ne so und drauf da so jetzt kommt er wieder mit dem Manneken ach man so na gut na dann ist schon irgendwie ein bisschen lächerlich gerade aber gut das gewinnen war auch am Ende das gewinnen war auch so direkt überfahren hier und zack so alles klar Leute gut weitere Gummipanzer so dann reicht mir das jetzt aber wirklich gleich so ja genau so so dann zieh die Maschine in die Flack dann hat er nämlich gleich keine Hubschrauber mehr weil der Sack baut die nämlich nicht nach das ist das Sammler bleib mal hier unten bitte sammeln wir bitte da unten so ach du du Scheiße was zur Hölle ey was so ach so der Orca ist weg sehr schön so der Panzer der fährt jetzt schön in den Ugolisten rein ja sehr schön und zack das war's mit dem Drecksding unglaublich der hat ja echt noch genug Reserven ey ja gut aber wenn er jetzt keinen Orca mehr hat dann wenn ich das anders machen würde ich die jetzt nämlich da oben hinstellen und die anderen hier unten und dann langsam ausbluten lassen das gibt's doch nicht dass man den hier wirklich nicht ausbluten lassen kann was soll der Scheiß so so alles klar Leute ah gut kommt ihr mal bitte da oben hin und ihr bitte hier hin genau so viel sollte er dann jetzt wirklich nicht mehr haben ne viel wird er jetzt nicht mehr haben Luftangriff wohin wieder auf den Turm ja lass den das machen ist ok dann reparier ich den halt eben und dann so Sammler bist du verrückt ach Mensch die sind auch so strohblöd hier ey mein Gott die Sammler wieder zum Glück hab ich das rechtzeitig gesehen hier so der geht jetzt sterben zack kommt er wieder mit seinem Männiken ja ja immer die Männiken so dann hier alle überfahren so gut dann hier ach wisst ihr was ich kann doch eigentlich mal hier angreifen ne warum eigentlich nicht so warum eigentlich nicht warum eigentlich nicht mal angreifen hallo kommt ihr mal bitte hier hin gefehl verweigerer ey so viel ziehen die raketentürme gar nicht ab kommt ihr mal bitte alle hier rein so könnt ihr euch nämlich hier oben durchschießen weil hier oben ist der Bauhof seht ihr das Leute da oben ist der Bauhof so wir den nämlich hier platt machen so mach den Bauhof platt so weil wenn der weg ist und wenn gleich die Raffinerie weg ist dann haben wir schon gewonnen dann haben wir das echt schon gewonnen so dann fahrt ihr mal bitte hier hin so der Bauhof ist weg sehr schön was ist das Kohle nö keine Ahnung was das ist naja gut na dann ja jawohl Leute wir haben gewonnen wir haben gewonnen sehr schön ja die raketentürme die sind halt heftig aber so ja warum nicht einfach mal angreifen also warum nicht einfach mal angreifen da hat nämlich jetzt keine Raffinerie mehr keinen Bauhof mehr ja das war's Kollege so sehr schön ha geil so das war's Kollege boah ey ihr nervt die Manneken ey die Manneken ja so so perfekt aber der kann jetzt echt Moment stopp dann Flammenpanzer wenn er jetzt wirklich nur noch die Dings hat ah schaut mal der kann sogar gar nichts mehr machen dann wo ich schon mal den Ingenieur vergleich Invasor so der ist noch ein Panzer ja soll er versuchen Verstärkungen und weg damit sehr schön das war's Leute mehr hat er nicht schönes Loch hier reingerissen ja sehr gut gut dann würde ich sagen 35 Minuten aber die vorliegende Mission wird fertig das ist doch schon mal viel wert ey wirklich schon mal schon viel wert so Moment schau dich mal dahin mach den Sommer weg du lass doch bitte hier alles klar dann easy Leute easy geschafft hier so ist das hier ah Radar umschalten ok und ja dann würde ich sagen das war nur der Sammler ok ich verstehe ja lass dich schön durchs Sibirium laufen sehr schön ja dann überfahr den easy so zack Knochenbrecher Move so dann ja zack alles klar dann hole ich mir wieder ein paar Flammenwerferpanzer und dann wenn die fertig sind was zur Hölle so na dann zack Knochenbrecher so denn der Ingenieur ist fertig ne ja sehr schön ok alles klar liebe Leute die beiden Gummipanzer kann ich hier eigentlich auch schon mal hier hinstellen hier oben so ja eigentlich Moment mal eigentlich kann ich ja auch ein Gebäude einnehmen dann hier die nächste Kaserne hinbauen und dann hinten das Ding einnehmen weil ich glaube sobald wir das einnehmen haben wir gewonnen wir müssen gar nicht alles platt machen das könnte ich machen um die Mission jetzt zu beenden na dann macht das mal kommt dann wenn wir das denn schaffen da bin ich mir noch nicht so sicher um ehrlich zu sein gut weil der hat ja schon einiges an Menniken stehen ey der hat ja schon einiges an Menniken aber Ingenieur dann lass das mal sein so und dann bauen wir mal eine Hand von Nott so dann hole ich mir jetzt noch die Flammenwerferpanzer hoch die sollten auch schon ausreichen so dann muss ich den aber hier gut durch Sibirien manövrieren und auch noch auf die Flammenwerfer warten definitiv so ähm die Menniken die kriege ich nämlich mit den Flammenwerfern gut weg die Raketentürme die nerven die nerven richtig Leute aber gut ich habe hier schon alles vorbereitet Hand von Nott steht bereit den kann ich auch schon mal bauen weil gleich muss es schnell gehen so anhalten und rein hier los plappen wir rein so lasst euch bitte nicht abballern ja nicht jawohl wartet mal können die überhaupt hier hochschießen wir können hochschießen ja ja okay dann ich will kurz wissen wo das Ding ist das ist das Ding das Ding müssen wir uns nämlich gleich holen ähm aber eigentlich äh so das wird schon passen so gut gut dann komm du mal her bitte ich muss aber erst die Männiken da platt machen so dann einmal hier durch hier durch so nimm dir die Flammenwerferpanzer so und rein los jetzt zählt's rein hier los und mach das kaputt mach das im Arsch hier so und hier sehr schön Leute und jetzt hier die Verteidigung hier die Verteidigung wegmachen und hier du da oben so der hat noch einen Panzer gebaut so dann jetzt hier Primärbauwerk so und du rennst bitte durch und nimmst das ein oh nein es hat geklappt Leute das hat geklappt sehr schön wir haben die Mission geil okay auch nicht zu sehr über so cool jo das war mal ein Flugzeug alles klar ach geil 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 Leute okay alles klar Bonusgalerie freischalten abschließen Code Diebstahl wunderbar Leute es folgt die letzte Mission viel ist es jetzt nicht mehr tatsächlich Leute schaut euch das an Südafrika so sehr schön und dann können wir uns jetzt hier einen Pfeil aussuchen aber ich würde sagen wir gucken was die Bonusgalerie auch noch machen das dann beim nächsten Mal ja genau Wiege des Tempels Leute wunderbar dann auch hier die Videocutscene einmal einmal durchs blättern genau ist eigentlich nur Videocutscene hier naja gut gut Leute gut Leute dann würde ich mal sagen wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten würde mich sehr freuen und wie es dann in der letzten Mission weitergeht liebe Leute das würde ich sagen sehen wir beim nächsten Mal und ja dann würde ich sagen wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag Tschüss